Jawohl, alles klar, Kankosi. Von welchem Land kommst du hier? Ich bin von Ghana. Ghana. Und Schuhe auch aus Ghana? Schuhe, nein, alles von Moschee geklaut. Wie? Ja, weil du kannst ruhig in die Kirche gehen mit Schuhe. Ja? Aber Moschee darf nichts. Ja? Alle draußen lassen, ich hole nach hier. Das gibt's doch nicht, Bruder. Doch, ist Haram, aber egal. Egal? Jawohl. Das sind alle Schuhe von Moschee. Von jedem Paar Schuhe hast du sechs Monate Garantie drauf. Und steuerfrei? Wenn nach sechs Monaten wieder in den Container werfen, hole ich wieder raus. Und steuerfrei? Bruder, steuerfrei? Alle steuerfrei. Alle schwarz? Alle schwarz. Subhanallah. Sobald Angela Merkel lebt, ich lebe noch. Maschallah, das ist... Ja, Merkel ist meine Tante. Das ist deine Bruder? Die Schwester von meinem Vater. Aha, okay. Das ist mein Vater, Honecker. Er lebt noch, aber in der Hölle. Und letztes Mal hat du mir erzählt, dass die kommt von den Saddam Hussein Schuhe? Das ist Schuhe von Gaddafi. Gaddafi? Ja, er hat von Saddam Hussein bekommen. Jetzt habe ich nichts mehr. Alles klar. Dann habe ich bekommen. Bruder, dann wünsche ich dir alles Gute. Danke dir.